Willkommen Reisner. Heute befinden wir uns wieder auf der Welt von Far Cry 5. Es ist ein First Person Shooter, wie ich jetzt erfahren habe. Deshalb sieht man seine Spielfigur nicht, was schade ist. Aber naja. Und wir haben ja zum Glück nicht mehr diesen langen Vorspann. Mal gucken, dass wir ein bisschen Action erleben heute. Oh, wir haben auch eine Schaufel. Gehen wir mal ein paar Leute schaufeln. Keine Mini-Map, ich gehe kaputt. Da muss man hin. Als Bunker. Ja, und wo müssen wir hin? Ja, gehen wir mal zu dem Ausrufezeichen da vorne. Was war denn Laufen? Ach, scheiße. Ich wollte den schaufeln. Ah, cool. Ich habe den richtigen erschossen. Oh, dann hatte der doch bestimmt... Ja. Guten. Wie der Ton nicht zur Mundbewegung passt. Open End Map. Aha. Was gibt es hier noch so? Pfeile? Wo denn? Pfeile? 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 Dann gehen wir mal zu diesem Diamanten. Was kann man denn? Was kann man denn? Weiß entdeckt. Kann man bestimmt Benzin looten. Kann man das Seil klauen? G dostęp sein? Welche Toste. Herbrühe. Doch die Pflanze flackert. Hm, okay. So. Ja, da war das. Redikit. Ha, hat sich ja direkt gelohnt. Hm, okay. Wo ist jetzt unser Scheißdiermann vorhin sollten? So eine Scheiße. Ja. Ah, da war er. Hätten wir direkt eine andere Ziplein nehmen können. Bild tut weg. Ja. Ja. Dann kannst du ja nicht die Lüfter anhalten. Also. Die sollen da rüber. Vielleicht gibt es hier ein Boot oder so. Dass man die Seile nicht mitnehmen kann. Kein Boot. Oh. Strom. Das wäre echt drüber schwimmen. Uh. Da ist. Super. Wir können im Wasser nicht schießen. Uh. Es geht schnell schwimmen. Ja. Wie geht jetzt zielen? Ah. So. Das ist eine andere. Da oben. Oh. Stirb doch. Oh nein. Keine Munition. Das gibt es doch nicht. Komm rum. Los. Komm rum. Will er nicht. Ach. Scheiße. Jetzt muss ich ihn schaufeln. Da ist er. Einfach hinlaufen und schaufeln. Oh nein. So. Also es brennt schon mal. Ist eigentlich explodiert das blöde Ding? Gucken. Gucken. Hier haben wir noch ein bisschen. Oh. Da liegt eine Knarre. Ah. Ey. Medikit. Gott. Ich will die Waffe. Ah. Ist jetzt eher nicht so gut sich da jetzt zu nähern. Ah. Ah. Nee. Schaufel. Nee. Nein. Falsche Taster. Hey. Hey. Wie schieß ich ihn jetzt so mit? Hm. Was ist denn der mit Stein? Hey. Wie geht denn das? Scheiße. Hm. Ja. Ein Granate. Ja. 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 Ich habe eine. Ich kann die aber nicht benutzen, oder was? G. G. Was zum... Ach ja, jetzt auf einmal. Ich habe gerade gesehen, dass ich einen Mann bei den Docks ziehe. Du kannst ihm helfen, und vielleicht wäre er bereit, zu holen, und zu retten. Ganz vorher. Okay. Kann man da irgendwas rausklauen? Kann man nicht mal kaputt machen, das scheiß Ding. Ich habe noch keine Ausdaueranzeige. Okay. Okay. Reine tot. Wo ist sie? Hm. Oh, da. Dynamit, was ich da nicht einsetzen kann. Den jetzt Wasser werfen. Cool. Ja. Och Gott, alles auf Englisch. Ich kriege die Krise. Okay. Let's go see my wife. Hey, deputy. Now that you're partnered up, the two you should head to the forest research station. Coats been crawling all over that place, using it as a depot for their goddamn bliss. Oh. Oh. Das ist ein interessierender Scheiß. Das ist ein interessierender Scheiß. Oh. Two här based я und damaging das. Ja. Oh. Das ist ein interessierender. Oh. Ich denke, er wird wieder zurück, nachdem du ihn aufhörst, dass du ihn nur aufhörst. Wenn du da bist, dann guckst du dich aufhörst. Wenn du da bist, dann guckst du dich aufhörst. G to order your gun for hire to follow you. G halten. Reicht doch. Hä? Ja, G interessiert nicht. Erst meine Familie, jetzt bin ich. Wenn ich sterbe, werde ich mit Dignität rausgehen. Es wird nicht ich. Aber jemand wird dann aufhörst. Mach etwas. Bitte. Geräuslich. Danke. Hm. Der Platz mehr. Oh ja, was willst du? Geht doch. So. Wo müssen wir das denn jetzt? Oh Gott, hat er gesoffen? Ah. Gehen wir auf den Sack. Ich würde ihm so gerne in den Kopf schießen. Der Kult Außenposten. Warte mal. Wo ist die? 300 Meter. Los, laufen, springen. Laufen, springen. Los, los, los. Nichts für ungeduldige Menschen wie mich. Ich bin da. Ich bin da los. Ich bin da los. Ich bin da los. Als ob ich da baut bin. station. Ja, schön. Oh, kacke. Oh, kacke. Hä? Ach. Tasten. Jetzt die Hura noch gestorben. Wollt einem, ja. Wollt die Waffe wechseln. Wollt ihn schaufeln. Na, das ist denn für ein Spiel, ey. Ist doch ein Arsch. Der stört aber der hinten nicht, oder was? Ja, super. Silvester-Raketen. Jetzt hat man... Tee, ey. Oh, wieder scheiß Gelaber. Oh, nee. Kann man wieder nicht überspringen. Immerhin diesmal kurz. Uh, Benzin. Mehr Benzin. Gib mir das Benzin. Gott, sieh die Magazine klein. Und dann... Und dann... Und dann... Du hast einen richtigen Schuss, um diese Resistenz zu schaffen. Der nächste Schritt ist, um das Radio-Signal zu schaffen. Mein CB ist auf der Fritz. Ich kann nicht jemanden aus dem Wasser. Ich kann nicht von diesem Wasser aufhören. Ich kann nicht von dem Wasser aufhören. Die Radio-Tower in der Südkirche muss sich verbreitet. Du denkst, du kannst dir das für mich ausführen? open ja was ist mit dem hier Ich hab nicht geschossen. Uh, ein Bildschircher. Abtauschen. Könnt ich die jetzt anquatschen oder nicht? Oh Gott. Die könnten hier ruhig ein Auto hinstellen. Oder ein Pferd. Oder ein Fahrrad. Irgendwas, was man nicht laufen muss. Ja, hier muss ich es aktivieren und nicht zerstören. Ah, ist doch schön oder langweilig. Wie geht das? Scheiße, echt jetzt? Eine Säute. Also wenn man so in eine Leiter auch geht, fällt man doch höchstens. Das weiß ich, wenn man so eine Figur nicht sieht. Da ist sie. Weiter noch. Ah. Ich kann mich jetzt nicht bewegen. Ich kriege ein starkes Signal jetzt. Lass uns aufbauen. Ich werde dich durch was ich hören. Lass uns den großen Bildschirchen. Entschuldigung, dass wir die ganze Stadt sehen können. Die ganze Stadt ist dividiert in drei Regionen. In den Norden, du hast die Whitetail Mountains. Das ist von Jacob Seed. Der größte Bruder der ganzen Familie. Jacob ist der einzige Train in der Kult. Und er ist ganz gut an was er macht. Eli und die Whitetail Militia haben versucht, aber Jacob ist bereit zu stecken auf ihren Necks. Süd-East von dort, du hast die Henbane River. Das ist Faith's Territory. Die kleine Frau. Ich habe gehört von vielen anderen Sachen, von Leuten zu verlieren, in einem Ort der Blitz. Jetzt geht es weiter, nach dem Holland Valley. John Seed hat in den Kult genommen, die Mäste, die Mäste, die Mäste und die Mäste. Die Menschen. Die werden viele mehr Telefonen überall in der Stadt. Ich werde dir posten, auf alles, was sinnvoll ist. Fast, Vögel, unbeliever, ja. ... Summe. Mh, uh, wenn ich jetzt hier runter was interessiert mich ein scheiß dreck penetranter spiel kann man nicht überspringen ja Vielen Dank. You will confess your sins, and you will be offered atonement. Don't worry. You don't have to do anything. We'll come for you. Welcome to Eden's Gate. Fuck. John Cena's got your partner. Rise. She's in a world of shit, kid. You gotta get going. Oh, ich kann mal jemanden nicht... Oh, ich darf mich bewegen. Ooh. Hey, kid. I've learned three locations to your map to get you started. Lumber mill up north. The Hope County jail to the east, and the town of Falls End to the west. Now, it's your call. But if I were you, I'd start with Falls End. Ah. Oh. Oh, okay. Oh, I mean... Hey, we'll go ahead and see. I'll do that in the west. Oh. Ah, you can see. Und warum läufst du dann weg, du Arschloch? Ah, geil. Interessiert mich nicht. Ja, lenken tut das denn gar nicht. Boah, alter. Gott, jetzt fahr da hin. So, was fahr jetzt hier? Ah, hier. Boah, ja, alter, dann schießt das. Ja, klar, die stabilste Tür der Welt, oder was? Wie ne Fresse. Ja, der Schlüssel in Kringen ergibt auch Sinn. Was hat das Ding jetzt gemacht? Krass'n Scheiß. Inside. Ich war doch da eben drin. Ey, der steht immer noch unter Wasser. Du, accesse Bunker. Ja, was für ein... Was für ein Schwachsinn. Unnütz, dass man... Weil man auch so rein konnte. Ah, jetzt besitzen wir sogar eine Taschenlampe. Ah, leckt mich, ey. Hm, auch keine Sorge. Was soll ich hier? Ja. Das ist dein Scheiß. Ich hab mir die Flaschen. Drei. Ja, drei kann man nicht drücken. Warte, Scheiß. Ich kann nur zwischendurch eine Hauptwaffe wählen. Scheiße, was hab ich jetzt gemacht? Eine Flasche. Scheiße, was müssen wir jetzt hin? Ich bin in den Shop, alles klar. Nein. Nee. Ah. Hm. Das ist die Lenkung für den Arsch. Ich habe zuerst einen Laden. Ein Locker, ja, ja. Stopp, ja. Ja, ist klar. Jeden Werfer, der Schaufeln verschießt. Auch kein Mensch. Soll man das ganze perfekte Geld herkriegen? Oder Gold. Meine. Wasser. Ich stehe nur eine Flasche, die ich nicht benutzen kann. Hä? Ich weiß nicht, ich kann dir eine Lebenslösung, wenn du interessiert bist. Nicht wirklich. Downkill Zivilisten, ja, ja. Der stand halt im Weg. Da müssen wir eigentlich hin, ey. Also, da ist ein Quad, da ist ein Boot. Da ist ein Truck, da ist noch ein Quad. Hm, wie kommen wir da hin? Wo ist denn das jetzt? Hinter uns. Das. 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 Das Sound von dem Quad ist, so falsch. Alter. Das. 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 das nun verfickte anhänger auch was drin kann man nicht öffnen da müssen wir jetzt darüber oder was die boote haben sich vermehrt also müssen ein einzug werden leiden wir uns mal das boot aus scheiße wo stehen die jetzt aufs quad ob hier oben irgendwo alter ist die lenkung für ein arsch es ist offenbar ist aber ja 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 Da ist was anders. Da ist es nicht so gut. Ich würde sagen, dass sie sich nicht gut behandelt werden. Das Schlimmste ist, dass sie sich um den Fall fallen. Also würde ich diesen Weg gehen. War hier nicht eben noch wer? Ich habe scheinbar alle abgeknallt. Freiluftkirche oder wie? Cool, das Boot ist wieder da drüben aufgetaucht. Und da steht ein Quad. Uh, da ist ein Flugzeug. Was machen wir mit dem Flugzeug? Naja, wenn wir damit fliegen und rausspringen gehen wir bestimmt drauf. Da können wir auch drinnen sitzen bleiben. Also Brot, Flugzeug, wird alles angezeigt. Hm. Oh, tauchen. Keine Anzeige, wann die alte drauf geht. Ja, schwimm doch hoch. Welchen der beiden darf ich den abknallen? Das geht ja schon wieder im Wasser nicht. Ja, wo war das? Hä, wo waren sie denn? Hä? Das, ähm... Wo sind sie hin? Oh. Die sind weg. Ja, das war jetzt einfach. Ach. Ach, da sind sie. Ach, ne Töle. Hä? Alter, wo ist denn der Hund? Ach, scheiße. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Wo ist er? Oh, ist die Sicht für'n Arsch. Das ist dumm. Leider haben wir einen Baseballschläger weggeworfen. Ich hab' kein Medikit. Oh. Das Ding kann ich nicht benutzen. Was? Ne, kann ich nicht. Also da hätten wir schon mal einen Lieferwagen. Keine Munition mehr. Hm. So. Aber wir kriegen keine Flasche. Um unseren scheiß Monoturf-Cocktail zu basteln. Oh. Wohl war ja. Was soll man damit? Krass, wir können uns eine Angel klauen. Oh. Cool. Aha. Krass. Oh ja, jetzt holt die Angel ein, ey. ist ein lebensauftrag hier ich hab doch hier irgendwen gehört da hinten da Was ist das denn, Killertrudern? Cool. Den konnten wir looten. So. Ach, scheiße. Oh, okay. Ganz in der Nähe. Echt, jetzt da schwimmt es oder was? So, wir werden uns hier verstecken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr mehr sehen wollt, was euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann hoffentlich hier an der Stelle. Wenn wir nicht sterben, wieder bei Far Cry 5. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt steigen wir uns hier auf die Seite. Wirелиereolicon. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.